Wollte ich gerade eben zu dir und du warst nicht da. Herzlich willkommen im neuen Wiki. Heute wird ein ganz aufregender Tag, denn unser neuer Marketing-Experte startet. Das MDR kommt für einen Videodreh und wir bekommen ein Überraschungspäckchen. Um 10 wird das MDR zu uns kommen, weil die ein Wetterer gewöhnt werden wollen, weil wir ja drückerisch jahres geworden sind. Die Fische sind doch toll. Ja ne, das sind meine Lieblingsfische. Lias, dein erster Tag. Unglaublich. Unglaublich, was hier passiert. Hallo MDR, hallo Texas. Casual Mittwoch bei Texas. Merry Crisis. Seid ihr etwa das Marketing-Team von Texas? Der Weihnachtsmann hat euren Content auf Social-Media-Kanälen verfolgt. Als er den Warnamen musste er sofort euch besuchen und euch vorzeitig ein Geschenk machen. Aber bevor es zur Geschenkausgabe geht. Judith Rieker, kannst du eventuell ein kleines Gedicht aufsagen für den Weihnachtsmann? Jetzt bin ich dran. Lieber guter Weihnachtsmann. Schau mich nicht so böse an. Steck die gute Lieder ein. Wir werden morgen Drucker des Jahres sein. Jawoll. Das hat den Weihnachtsmann erfreut. Ich wünsche euch vorzeitig viel Spaß und frohe Weihnachten. Danke schön. Dankeschön, Herr Weihnachtsmann. So, wir haben hier ein T-Shirt in der L. Ich hoffe, es passt dir. Vielen Dank. Dann haben wir hier eine XL. Ja, perfekt. Noch eine L. Noch eine XL. Und noch eins für mich. The best thing ever, because it's cozy Herbst time. Es ist cozy Herbst time und wir haben wunderschöne noch mal gekriegt. Feinste Handarbeit. Danke, 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 danke. Ich danke dir. Und so, Andrew, passt's? Ja, das ist richtig gut. Das ist gemütlich. Der Stopp ist megaschön. Ich finde das total spannend hier. Was ist dein Statement bis jetzt? Also ich finde es auch sehr, sehr spannend. Heute ist wirklich wie Ostern und Weihnachten zusammen. Also dieser Tag ist wirklich komplett verrückt. Und es ist auch irgendwie nochmal ein Unterschied zwischen zwei Kameras und drei Kameras und zwei kleineren Kameras und einer großen Kamera. Und Kameras, die man kennt und Kameras, die man nicht kennt. Und ich bin super gespannt auf den fertigen Beitrag. Und? Heftiger erster Tag, oder? Komplett überfordert. Hätte ich nicht erwartet. Hi! Hallo, ich bin mal wieder draußen. Ich und Micha, wir bauen mal wieder was. Wer hätte es gedacht? Und zwar geht es jetzt um ein Marketing, um eine Marketing-Lager-Erweiterung, die auf Rollen ist. Und wir müssen jetzt umdrehen, damit wir das letzte Teil noch oben draufbauen können. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Michael, Wood is your favorite material? Wood. Of course. Of course, Wood. Oh, der Balken steht noch ein bisschen über. Muss man nochmal nachsehen. Okay, Michael, what's next step? And the next step is sanding of this. Like this? Ich habe einfach vergessen, euch das fertige Lager zu zeigen und wo wir es dann hinstellen. Aber das seht ihr beim nächsten Mal. Ich habe Sempre so gemacht, weil das Ä原erale grüppert wird so meinen Niveau auch immer als noch mal geist. Und da habe ich Daviteacja geplant. Fuck finde ich davon drin. Vielen Dank.